Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Wir müssen auch noch immer das Alte herausfinden, das weiß ich nämlich immer noch nicht. Ich schätze irgendwas über 18, muss das ja eigentlich sein. aber mein daddel ist noch er denkt dann morgen nämlich noch hülse mit auf die arbeit also pünktlich unten bist und weck naschen wir gehen kennen strafen durch schweigen acht nach dem kind fragen wie geht's dann kennen tut es sehr weh ob das jetzt so schlimm war es tut mir wirklich so leid denn da auf jeden fall ordentlich am rein naschen das ist klar in der farbe ok und jetzt hier auch kleines bierchen am start was ich wir hin was trinkst du kein bier oder was mal wieder bier versteckten kühlbox man braucht immer die notkühlbox ist klar hast du das geübt brauchst du ein manager für deine cage weiter karriere es tut mir so leid wie vielen leuten hast du schon naja die knochen gebrochen man es tut mir so leid ich wollte dir nicht wehtun entschuldige dich nicht mir geht's gut aber wo wir gerade davon reden mir war nie klar ich verrückt bin dass ich dir den arsch treten kann dass ich dir in den arsch treten kann ja genau mir war nie klar wie dein leben ausgesehen haben muss so ganz allein muss man sich halt durchboxen war war schon okay als ich dich von mac weggezogen habe du mich geschlagen hast war ich wütend aber wie du ihn auseinander genommen hast hast du schon mal gemacht schon mal gemacht gefühlt geht das game und bier ja es sollte so life is strange zu bier heißen oder so bier ich habe mich auch geprüft warst du nicht im jungen gefängnis wacom kinder in heim prügeln sich oft ich habe gelernt mich zu verteidigen scheint so ich kann sehen dass du zu kämpfen hast etwas quält dich etwas quält dich weibes bier willst du darüber reden ich will ja mit gabe reden aber was soll ich ihm nur sagen um die sache mit mac zu erklären so jetzt müsste eigentlich so eine umfrage kommen aber das funktioniert nicht ihm von der kraft erzählen von der vergangenheit erzählen also normalerweise würde ich sagen es ist die einzige ansprechperson die er hat würde ich sagen ihm von der kraft erzählen er klappt nicht naja gut muss noch mal schauen ob es irgendwie wie das geht aber ja wird auch sagen also im film sage ich euch ehrlich im film wäre das jetzt nicht so er würde jetzt erst mal so bis zum ende das irgendwie immer vertuscht werden und ganz zum ende kommt es dann irgendwie aus versehen raus so wäre das im film hallo mit mir stimmt etwas nicht ich weiß was andere leute fühlen ich kann eine aura um sie herum sehen und wenn die gefühle stark genug sind wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind fühle ich es auch und verliere die kontrolle und das passiert schon sehr lange wie bei mac ich spürte all die wut als wäre es meine ich denke dass max wut recht offensichtlich war dahinter steckt mehr er war nicht nur wütend auf dich sondern auch auf sich selbst er denkt er wird riley verlieren hast du das von riley darauf ein bier ja definitiv sollte mir vielleicht auch gleich erst mal eins holen ohne meine frage hau raus nein ich fühle es nicht alter wann was wollen wir nehmen aber ich wollte sagen dass nein niemand hat es mir erzählt ich fühle es sicher dass es nicht ähm es ist nicht nur in meinem kopf versprochen es liegt nicht an stress medikamenten trauma oder sonst was es ist real kannst du mir sagen was ich gerade fühle du brauchst mehr bier das ist doch die antwort das ist doch die antwort ganz klar du fühlst dass du viel mehr bier brauchst das trifft die meiste zeit zu war die gute antwort ich erwarte nicht dass du mir glaubst das tut niemand du fühlst also wirklich was andere leute fühlen ja du gehst sozusagen in ihr herz ich denke schon alter du hast superkräfte wie findest du das game bisher bisher also es kommt ja so langsam in gange so aber es bietet auf jeden fall gut potenzial also da kann sich noch was gutes daraus entwickeln so wie beim allerersten teil da ging das außen langsam los und dann ging es aber auch gut ab ne ähm es ist halt ein relativ ruhiges entspanntes spiel aus dem bier bester antwort auf jeden fall verarscht mich eher wie ein superfluch mhm sagen verarscht mich ja jetzt verarschst du mich oder im ernst hast du irgendwas gehört was ich gerade gesagt habe es ist furchtbar okay okay superkräfte ist vielleicht zu viel aber ich weiß die meiste zeit nicht was mit den leuten los ist charlotte versucht mir beizubringen meine emotionale intelligenz zu erhöhen aber das ist ein anderes level ich meine du verstehst sie so richtig das ist echt besonders abstimmung läuft jetzt läuft eine abstimmung dachte ah jetzt kann ich euch mit einbeziehen weil ich 15 sekunden zeit habe glaube ich das ist zu wenig eigentlich hallo warum kann ich sie auswählen eine abstimmung kaputt konntet ihr jetzt abwählen im chat oder was ich bin nichts besonderes game ich hau leuten auf die fresse ich bin kaputt ich sag ja nicht dass alles immer rosig ist aber du bist stark du kannst es in etwas unglaubliches verwandeln aber es ist egal was passiert ich bin für dich da vergisst das nicht ich glaube im chat würde ich sagen kann man irgendwo was auswählen also wann wolltest du mir von der gitarre erzählen du hast sie gefunden sollte eine riesige überraschung werden überraschung und was denkst du ich bin eingerostet ich liebe sie vielen dank wirklich bei mir war nichts ok willkommen daheim ich muss gleich mal selber in zuschauermodus gehen über zweite account vielleicht sehe ich da was oh hey was ist los hey ist ethan hier nein er wollte nach haus das war er aber ich kann ihn nicht finden er sollte doch nicht rumstreunern ich such ihn warte vorhin da habe ich mit ethan gesprochen da meinte er er will in die berge und die alte mine auschecken was warum hast du nichts gesagt tut mir leid wenn er wirklich da oben ist müssen wir uns beeilen das habe ich wirklich die ganze zeit gesagt dass das irgendwann noch probleme macht dass er da oben ist habe ich die ganze zeit gesagt warte mal ich gehe mal ganz kurz ins zweiter account und guck mal ob ich da irgendwo was sehe da irgendwo was sehe wo er wo er rauf gehen müsste da irgendwo was sehe wo er rauf gehen müsste Ja, einmal war eine Abstimmung, ja. Geh lang. Ich war ewig nicht mehr hier. Ähm, warum kommst du nicht hierher? Was ist das für eine Frage, wenn man da gerade nach dem Jungen sucht? Wie sehr sollten wir uns sorgen? Der Bett hat gleich was hochgesprüngt, also ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht so darum Sorgen machen, ne? Warte, beide Fragen hätte ich nicht genommen. Total ausflippen. Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden auszuflippen. Hat's geklappt? Ich hab das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte was sagen sollen, viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Miene, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du's wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja. Aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich... Schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Miene kommen wollte. Ich hab am ersten Tag einen Job an Land gezogen. Erstmal die Mail checken. Vielleicht ist dieser neue Anfang noch zu retten. Wir freuen uns, eine neue Ergänzung für unsere Angestellten in der Black La... 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 Lantern? Na, schau ich an das Haus? Ja, ne? Vorzustellen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Vielleicht kannst du sogar Gabe ein oder zwei Sachen beibringen. Hey! Sie könnt ihr mir wesentlich mehr als zwei Sachen beibringen. Haha. Sie hat sogar Sinn für Humor. Bin froh, dass du endlich hier bist, Alex. Ach, das war ja der... der komische Polizist. Der war auch ein bisschen weird, fand ich. Aber naja. Mh... Oh, guck mal. Kevin hat was herausgefunden, wie man das gemacht. Ähm... Also installiert und verbunden habe ich das auch alles. Scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Wir... Gucken mal, ob das gleich... Ducky! Ah, ja! Der sich gerne mal ein bisschen reinschnöselt. Liebe Alex, es war mir eine Freude, dich heute Abend kennenzulernen. Ich hoffe, dass du in Haven ein einladendes Heim findest. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Treffen. Freundlichen Grüßen! Ne? Danke, Ducky. Das ist sehr lieb. Das ist doch so eine Antwort von wegen Digi. Warum schreibt sie mir jetzt? Okay. Detail für Zuschauer kann eher interessant sein. Ja, aber meinst du, dass Zuschauer was inszenieren müssen? Ja, genau. Eine Minute sollte ja lang. Ja, wir müssen ja auch jetzt ein bisschen rumgucken. Vordertür. Cool. Eine Mörderscheine. Wo es eine Vordertür gibt, gibt es ja auch noch in der Hinterführung. Ach, wirklich? Dieses geländene Privatkonstück der Gesellschaft autorisiert irgendwie. Das hätte man sich jetzt auch sparen können, dass man das sich angucken kann. Äh, Sicherheitsposter. Nein. 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 Wir müssen uns erst mal vertraut machen mit der Materie, ist das gleich. Und nochmals nein. Habt ihr ja das? Ja, der Sound, oder? Müsste ich noch mal reinmachen. Mach ich gleich mal rein. Weil ich damit sie nicht das Spiel stören. Ja, wir würden jetzt nicht so stören, aber meistens verpacken die immer. Darauf hab ich immer keinen Bock. So, wir lesen mal. Aber Stiefel mit Stahlkappen hab ich sogar auch am Start. Wurstelhandschuhe. Reflektierende Kleidung. Eine positive Einstellung. Ja, er cringet auch anders rein, der letzte Eintrag. Aber naja. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Ist vom Ding her jetzt nichts zerwerflich dran. Zombie. Wie kann der Gummi-Zombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Alkohol vom Minderjährigen? Ich weiß halt immer noch nicht, wie alt sie ist, ne? Ähm. Auf, rauf, rauf, rauf. Einfach die Treppe rauf. Ich kann sie gleich wieder reinmachen. Das ist vom Ding her nicht so das Problem. Äh. Da seh ich uns nun her definitiv. Seh ich mich auch. Aber nicht wenn hier ne Sprengung am Start ist. Nicht wenn hier ne Sprengung am Start ist, dann seh ich mich hier eher weniger beim kleinen Reinlömmeln. Aber sonst doch. Mit dem, mit dem Gummi-Zombie, bis Kevin nachher schön am Dancen ist mit dem. Immer so bei ihm, sag ich euch ehrlich. Kleine Mien-Party. Sieht ganz schön mitgenommen aus. Was damit wohl passiert ist? Was soll damit passiert sein? Es gibt nicht so viele Sachen. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Ja, es ist natürlich bei den Dingern, wenn du damit fährst, ist halt komplett ohne Federung. Ich glaube, das kann schon gut weh tun. Aber vom Ding her seh ich mich da halt auch. Alter Eingang. Hier hat er denn ja den... Er hat ja irgendwo einen Geheimeingang gefunden. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoß ich auch mit an. Was denn hier? Wir treten auf das Wohl von Jett Lupin, der uns hier am 13. September 2008 aus der Höhle gezogen hat. Stoß mich aber auch mit an. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Was spielst du? Wir spielen Life is Strange. Das ist der dritte Teil von der Serie. Und jedes Mal hast du einen gewissen Charakter, der eine gewisse Fähigkeit hat. In dem Teil ist es uns möglich, die Gefühlslage anderer zu erkennen. Und daraus Schlüsse zu ziehen. Und ja, jetzt im Moment suchen wir gerade so einen kleinen Limmel, der dachte, oh, ich geh mal bei Nacht kurz vor der Sprengung in so eine Mine und erkunde sie, weil ich eine Geheimtür entdeckt habe. Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel hier. Alex, warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwen die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Alles, was zählt, ist Ethan zu finden. Also klar, kann man jetzt sagen, ey, warum habe ich ihm das nicht gesagt? Aber, ich glaube, wenn der Junge nachher heil raus ist, weiß ich ja, wovon ich ausgehe, sind wir hier mit dem Jungen, ne? Best Buddies. Und das ist das Wichtige. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. So, jetzt aber rein da mal. Stell dir vor, du setzt da unten fest. Nein, warte. Du lieber nichts. Was ist hier passiert? Eftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter wären fast gestorben. Jett führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und vorarbeiter Jett wurde zum örtlichen Helden Jett. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jett konnte die Black Lantern kaufen. Ah, dieses Comic. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Ah. FiveHead. Der Junge ist ja ein FiveHead. Hätte ich mir den doch mal durchgelesen und nicht kurz vorher abgebrochen. Ähm. Ab Life is Strange noch nie so gefühlt. Vielleicht ja der Teil. Ist halt ein bisschen ruhiger. Ist, ist, rieb ich zu. Aber, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie mal ganz spannend. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Sicherheit ist wichtig. Äh, ist ihm wichtiger. Ähm. Wie gesagt, er wollte so Freundesbasis mit ihm aufbauen irgendwie. Und ich glaube das schaffen wir. So. Klar ist jetzt ein bisschen Breck am Stecken so mäßig. Aber, das wird noch. Wir kriegen den da ja raus den Jungen. Der Tunnel zur Monsterfessel von Dämonheim. Eingestürzt. Okay. Schade ist, dass man jetzt nicht das weiter skippen kann. Okay. Okay. Wenn diese Wand eine Illusion ist. What? Ich muss einen anderen Weg hinein finden. Die Uniform der Stadtwache. Anscheinend schon lange tot. Blut. Erstmal in Gefahr bringen und dann retten. Das bindet. Gefahren. Binden. Das ist ganz klar. Aha. Die Spur scheint nicht zu sein. Garantiert zu enden. Außer. Wohl. Ah. Hier muss es einen Durchgang geben. Okay. Also ein bisschen weiter von dem Eingang. Gibt es einen Durchgang. Das ist ganz klar. Ähm. Gleiche einer Wolkenschlange. Sie müssen durch die Decke gestürzt sein. Aha. Vielleicht. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche. Dann finde ich einen geheimen Eingang. Ah ja. Deine Tage des Fliegens sind gezählt. Wolkenschlange. Aber vielleicht willst du mir noch von Nutzen. Ah ja. Dann müssen wir noch mal gucken. Ah. Hm. Ich habe eine Idee. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus. Das muss der Hintereingang der Festung sein. Ich habe vielleicht nicht alles verstanden. Aber ich könnte mir vorstellen wo. Vielleicht sollten wir. Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt es doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur. Die in so eine Monsterfestung einbringt. Tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt wo er hin muss. Da. Das Silo. Ich wette da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja. Gut gesehen Alex. Gabe willst du versuchen das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten gleich das Aufbereitungsgebäude da hinkommen. Wenn wir es irgendwie reinschaffen. Juhu. Komm wir schauen mal. Also gute Zeit an nói's zusammen. вони haben das.